Wir haben auch erkannt als freiheitliche Partei, dass es hier nicht darum geht, populistisch zu wirken, sondern dass es darum geht, wirklich etwas weiter zu bringen für dieses Land. Ich war wirklich erstaunt, wie lösungsorientiert man verhandeln kann. Es ist uns wirklich gelungen, sich bei verschiedenen Themen zu treffen, zu selbstverständlich bringen. Natürlich nicht jeder immer seine Forderungen und Themen durch. Aber wir haben uns sehr lösungsorientiert unterhalten und uns sehr oft und sehr gut und mit wirklich nachhaltigen Konzepten getroffen. Ich glaube, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, eine neue, attraktive, zukunftsreiche Politik für das Burgenland zu machen.